Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen auf der Stappenbach hier im LS17. Ich grüße euch. Schön, dass ihr einen Weg hier gefunden habt. Es freut mich. Und was mich auch freut, ist, dass wir dieses verdammte Feld endlich fast fertig haben. Viel ist es nicht mehr. Viel ist es nicht mehr. Aber es ist trotzdem noch ein bisschen Herausforderung. Und ich muss sagen, ich bin auch ziemlich froh, wenn wir das geschafft haben. Wobei wir ja auch Zeit haben, weil wir werden im Flug dann wahrscheinlich durchpflügen lassen. Das heißt, wenn der da drüben fährt, er ist der Vergleich hier drauf. Und dann schnappen wir uns mit dem Samisch, schnappen wir uns dann den Grubber und fangen da drüben schon mal mit dem Grubbern an. Das kann aber auch der CP-Fahrer eigentlich machen. In der Zwischenzeit werden wir dann uns um das Erntegut kümmern. Das spricht dann, wenn wir hier auch mal drüber pflügen müssen. Ach ne, das können wir ja gar nicht, weil der... Ah, wir haben die ganze Gerätschaft, haben wir ja noch nicht da. Habe ich ganz vergessen, dass das ja alles noch gar nicht dabei ist. Ah, er ist fertig. Oh, wie cool. Da drüben ist er. Okay, da drüben ist unser Drescher fertig. Den werden wir dann auch wegfahren, wenn er dann soweit ist. Wir lassen ihn jetzt da erstmal stehen, solange er uns nicht im Weg steht. Und wenn er uns im Weg steht, fahren wir ihn kurz weg. Nee, aber wir müssen unsere ganze Getreide und so weiter wegbringen. Viele haben auch in den Kommentaren noch vorgeschlagen gehabt. Wollte ich auch nochmal darauf eingehen. Specialweise, ja. Haben in den Kommentaren vorgeschlagen gehabt. Zwergi, du musst unbedingt düngen. Ohne, wenn du drei Düngestufen eingestellt hast, ist es essentiell wichtig, dass auch wirklich gedüngt ist. Sehe ich komplett ein. Das heißt, wir haben ja auch Dünger. Wir müssen auch mal gucken, wie das Düngeverhältnis auf dem Feld ist. Im Zweifel braucht man Düngestreuer. Weil viele haben gesagt, boah, also von der Ernte, das ist jetzt echt schlecht. Also das ist nicht gut, was da rauskam. Es hätte viel, viel mehr sein müssen. Und da muss ich sagen, boah, da habe ich nicht die Erfahrung. Aber ich vertraue darauf, dass ihr sie habt. Und deswegen bin ich da bei euren Kommentaren, habe ich mir die ganz massiv durchgelesen und mir gedacht, boah, wenn das wirklich so ist, dann ist das ja für uns eigentlich dramatisch. Weil unser kleiner Hof, den wir ja betreiben hier, wir haben 56.000 auf der hohen Kante liegen. Du hast auch nicht viel. Wenn ich mir jetzt, warte mal kurz, wir können ja mal ganz kurz den Stopper reinmachen. Und dann gucken wir mal ganz kurz, was kostet uns ein neuer Traktor? Und zwar, ich sage jetzt mal vielleicht ein... Naja, 200 PS hatte ich eigentlich gesagt, ne? Aber wenn ich jetzt mal so gucke, ein 300er Vario, der ist ja auch jetzt nicht die Wucht. Aber der hat 110. Der T6 hat... Wenn wir mal Voltra nehmen, Voltra. Das ist das, ähm... Den haben wir, glaube ich, schon sogar schon. Der Fan 700er Vario. Den zum Beispiel, der würde uns... Den könnte ich mir noch vorstellen. Aber der kostet... Alter Schwede, schau dir das mal an. Der kostet 164.000. Ich meine, wir könnten da mit Sicherheit einen ähnlichen in der besseren Preisklasse kriegen. Aber, boah... Naja, gut, ein 200... 200 ist vielleicht etwas übertrieben. Ohne Witz. Also ein 200 PS Gerät ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Was ist denn das? Ach, der hat ein Sail gerade laufen. Aber das ist ja natürlich völlig irre. Ah, 350 PS. Das ist natürlich schon eine mega harte Nummer. Ist der aus dem Big Bud ist der draußen? Okay. Was haben wir hier? Naja, das wäre dann fast 200.000, kostet uns die... Eine Glasgeschichte, die wir zum Beispiel in 205 PS Teil. Und dieser Traktor hätte natürlich 187.000 im Angebot. Agro's Deutz. Vielleicht einen größeren Deutz. Könnt ihr euch mal auch vorstellen. Hier haben wir noch die anderen Fend... Ein 700er Wario. Das könnte ich mir tatsächlich noch so was sogar vorstellen. Ein Fend Farmer. Ja, okay. Ein John Deere. Ein Johnny. Boah, ein Johnny wäre auch eine geile Geschichte. Schau mal her. Ein Johnny mit 224 PS zu einem echt brauchbaren Preis. Boah, ein Johnny wäre cool. Da würde ich aber auch den für 120 nur nehmen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wobei mir dann der optisch besser gefällt. Bin ich ganz ehrlich. Bin ich ganz ehrlich. Ein Messi wäre auch eine coole Idee. Messi Ferguson. Aber da ist das dann wieder mir zu groß. Das sind die alten. Die sind auch nicht so groß. Ich würde die gerne sortieren. Ohne Scheiß. Nochmal die großen Waldstraße. Ja, die kannst du alle in der Weife raus. Und das bringt mir jetzt gerade nix. Ein 800er Favorit. Der wäre auch eine Möglichkeit. Ein 800er Favorit. Tausender Wario. Ja, genau. Ein 800er Favorit. Der hat auch nicht ganz so wenig PS. Ist aber nicht so übertrieben teuer. Mit fast... Mit unter 80.000 ist er sogar sehr günstig. Wobei der Ford natürlich auch mega krass ist von der Leistung her. Was ist das nochmal für einer gewesen? Ein... Ein... Rollen. Rollen. Ja gut, aber das ist ein Ford. Der wäre jetzt sogar... Den könnten wir uns sogar richtig gut leisten. Aber... Ich muss sagen, der 800er Favorit hier... Den finde ich gerade ziemlich nice. Der ist nicht so teuer. Den könnten wir uns nämlich relativ zügig leisten. Weiß ich noch nicht, ob mir das gefällt. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir mal folgendes. Wir machen jetzt folgendes. Wir enden jetzt erstmal den Kurs hier. Dann machen wir jetzt folgendes. Und zwar wir sagen... Motor starten. Drescher anschalten. So, und dann lassen wir uns mal ein bisschen hier... Lassen wir uns mal hier ein bisschen Feinarbeit betreiben. Das ist halt ein riesen Koloss, das Ding, ne? Mal kurz rum gelenkt. Ja, mit dem Ding zu lenken, ist natürlich auch eine Herausforderung für sich. So, und dann wieder umdrehen. Ihr seht schon, wie ich am Lenkrad rudere auch. So, und dann lasst uns nochmal hier eine Runde fahren. Weil das natürlich jetzt auch ein bisschen schwieriger war. So, und dann wieder rüber. Ich weiß nicht, ob das was bringt gerade, was wir hier tun. Ein bisschen, aber halt nicht viel. So, und weg damit. Ein bisschen was ist halt liegen geblieben, aber... Ganz ehrlich, wahnsinnig viel ist das jetzt auch nicht. Ach, guck an, hier. Mega. Jetzt pass auf, jetzt machen wir folgendes. Wir drehen jetzt um. Na komm, dreh um. So. Schauen wir mal, ob wir da noch was voll bekommen. Wird auf jeden Fall ziemlich voll, das Ding. Vielleicht kriegen wir den sogar an der Stelle jetzt erstmal fast leer. Dann können wir das erste Gerät wieder wegbringen. Okay. Können wir wegbringen. Können wir nicht wegbringen. Weil wir haben ja den... Wir kommen ja mit dem Teil gar nicht in den Hof rein. Wir kommen ja mit dem Ding gar nicht in den Hof rein, weil der viel zu groß ist. Viel zu breit. Deswegen bleibt uns ja nichts anderes übrig, als den hier vorne erstmal abzuladen. Das Mähwerk quasi. Oder das Dreschwerk in dem Fall eher, oder? Klingt plausibel. Klingt plausibel. Da wollte ich nicht drüber fahren. Der hat es nämlich richtig hübsch gemacht jetzt. Richtig hübsch gemacht. Gefällt mir gut. Wir räumen jetzt erstmal hier ein bisschen auf. Können wir das ablegen hier? Ah ja, okay. Ich sehe es schon. Okay. Probieren wir es mal so um. Vielleicht klappt es so. Bisschen zurück. Sind wir gerade? Ne, ne. Ein bisschen, ein bisschen noch so rum. Das ist immer fummelig. Das sind immer so meine, meine Herzinfarkt-Momente, die ich dann jeden Tag durchleide. So. Nochmal auf ein neues. Na komm, das schaut doch jetzt fast gut aus. Na komm. Nein! Zu weit. Kann ich dich nicht retten? Das kriege ich ja nie mehr hin. Warte mal. Das muss ich jetzt ausprobieren, ob ich das wieder hinbekomme. Oder ob wir da wirklich die Gabel für brauchen. Oh, nee. 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 Das müssen wir mit der Gabel richten, das Ding. Dann pass auf. Dann lassen wir den jetzt erstmal hier stehen. Lassen wir den jetzt erstmal hier stehen. Und machen hier weiter an der Stelle. Okay. Mist. Das ärgert mich, sowas. Mal ganz kurz nochmal aussteigen. Boah, ist der dreckig. Ohne Witz. Aber das Feld schaut gut aus. Das Feld gefällt mir richtig gut. Dreh der jetzt nochmal nach hinten. Ja, schon, oder? Ja, komm. Machst du klasse. Boah, ist das cool. Der ist nämlich auch ziemlich bald jetzt ziemlich fertig. Und dann können wir den wieder für was anderes verwenden. Aber wir haben halt noch ein paar Bahnen zu fahren. Und das ist auch wichtig. Weil wir brauchen den anderen wieder mit der Gabel, damit wir hier mit dem wieder... Ah, 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 haben zu viel zu tun. Gut. Wobei, deswegen habe ich einen Season-Mod rausgenommen, weil ich gesagt habe, mit dem Season-Mod habe ich nicht genug zu tun. Also es darf ich mich jetzt nicht beschweren, wenn so viel zu tun ist. Ganz, ganz logischer Umkehrschluss. Und mal abgesehen davon, mit dem CSZ, glaube ich, das Tool, geht ja Ballen aufladen ja wirklich, wirklich gut. Und schnell vor allen Dingen. Also ohne den, ohne die, ohne diese automatische Aufladen in der Gabel drin, ähm, muss ich euch ganz ehrlich sagen, wäre das eine ziemlich zähe Angelegenheit, ähm, die ganzen Ballen hier zu verladen. Vor allem, weil es so kleine sind. Wenn es jetzt, ähm, megagroße 5000, keine Ahnung, overpowered, äh, Rundballen wären, ja, dann sind es aber auch nicht so viele, glaube ich. Also das ist natürlich, das ist die andere Geschichte wieder. Deswegen, mir gefällt das mit dem automatischen Aufladen bei den kleinen Ballen sehr gut. Ich glaube, die kann man sogar tragen, oder? Also einen zumindest. Ich weiß nicht, ich glaube, einer müsste gehen. Montera hat was? Ne. Schauen wir mal schnell. Nächster passender Wegpunkt wäre das. Das müsste diese Bahn hier sein. Oder die nächste da drüben. Ich weiß es nicht. Nehmen wir einfach die da. Müsste passen. Okay. Meine Lieben, es tut mir an der Stelle auch leid, dass es tatsächlich jetzt in der Zwischen- oder in letzter Zeit halt nicht so viel auf einen Schlag gibt. Zum Angucken. Ähm, ich habe halt wirklich wenig Felder. Ich kann jetzt hier keine mega heftig großen Sprünge machen, weil einfach die Anzahl der Felder sehr begrenzt ist. Das habe ich mir ja ausgesucht, damit das Let's Play ja nicht nach fünf Folgen vorbei ist, sondern damit man hier wirklich arbeiten muss, um was zu erreichen. Das wollte ich ganz, 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 ganz bewusst so. Ich weiß, manche von euch sehen das ein bisschen anders. Die sagen, boah, Zwergi, hättest du es halt anders gemacht, hättest du halt keine Ahnung was, ähm, hättest du halt fünf Felder genommen oder sowas. Ja, das sehe ich voll und ganz ein. Es würden ja auch noch andere LS-Projekte kommen. Die werden natürlich nicht auf diesem Low-Budget gemacht, sondern die werden halt auch etwas größer dargestellt. Jetzt mache ich das Feld fertig, der von, von Terra, ähm, weiß ich nicht. Der macht gerade mir Ärger. Ähm, ja, die neuen Projekte werden natürlich anders dargestellt, da hat jeder sein eigenes, sein eigenes, eigenes Merkmal. Und das ist auch voll okay. Das ist auch voll gut. Hauptsache wir, meine Lieben, haben die Möglichkeit, ähm, uns mal einfach so ein bisschen gemütlich anzubeißen, durch, durch das auch mal kennenzulernen erst alles. Ich meine, manche, die meisten von euch werden selber spielen, äh, manch einer aber halt auch nicht. Und der lernt jetzt mit dem Let's Play auch mal ganz einfach kennen, wie es in dem Spiel auch tatsächlich mal abgeht, wenn man sich ein bisschen die Schwierigkeiten nach oben stellt. Und für viele ist es ja auch ein wesentlicher Kaufgrund, dass es nicht zu easy ist. Ja, also würde ich jetzt persönlich sagen, wir lassen das jetzt einfach mal so dahingestellt, dass es so ist. Ich werde jetzt erst mal ganz kurz, warte mal, die Krone, ähm. Krone Big Packs. Pass auf. Mach mal zu, das Ding. Wir sind auf jeden Fall ganz gut dabei und für heute, meine Lieben, sind wir auch tatsächlich schon fertig. Muss jetzt bloß ganz kurz mal hier, ähm, schauen, wie viel er noch hat. Weil das ist nämlich, viel kann es nicht mehr sein. Und ich würde sagen, ich mache an der Stelle jetzt nochmal ganz kurz mein Bildchen, das ich gerade machen wollte. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn du da draußen Bock hast. Bis dahin. Habt eine tolle Zeit, lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg. Auf Zwergtüb. Ciao. 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 Ciao.